Herzlich Willkommen bei FreeSpirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast, Bo Katzmann. In der Schweiz bräuchte man ihn nicht vorzustellen, denn bei uns ist er eine grosse Nummer. Musiker, Schauspieler, Komponist, Chorleiter und Autor. Jeder kennt ihn bei uns. 32 Alben, 13 mal Gold und ein Ende ist nicht abzusehen. Für alle, die ihn noch nicht kennen, hier ein kleiner Eindruck, bevor wir ins Gespräch gehen. Viel Spass dabei. Musiker Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 You're so proud, you're so proud of the crowd Keep your faith, keep your faith Tja, Bo, herzlich willkommen bei uns im Studio Gerne, ich bin gerne gekommen Bin gespannt auf unser Gespräch jetzt Ja, ich wahrscheinlich genauso wie du Fangen wir doch gleich an Am besten am Anfang Wie kommt es eigentlich dazu, dass du den Weg in die Musik und Schauspielerei gefunden hast? Tja, ungefähr, da kann ich dir ungefähr dieselbe Erklärung abgeben wie Weshalb isst und trinkst du? Es ist mir ein Bedürfnis, von klein auf, schon als Kind Es gibt eine alte Aufnahme, wo ich als 3- oder 4-Jähriger an Weihnachten ein Verslein von mir gebe Das mein Vater mit dem alten U-Herspulen Tonband aufgenommen hat Und nach dem Vers sage ich ganz aufgeregt, ja Ich heiße ja Reto, mein bürgerlicher Name Ich bin der Reto, hört dann gut zu Ich habe schon gewusst, in der Zukunft werde ich eine Nummer sein, der man zuhören wird Also irgendwie ist der Same schon in mir gewesen Und ich habe dem einfach immer nachgegeben Und jetzt hat sich das entwickelt Also ein geborener Entertainer sozusagen? Nein, geboren nicht Ich musste mir diesen Weg schwer verdienen Weil meine ersten Schritte auf der Bühne waren jämmerlich Ich war unsicher Ich war deshalb auch arrogant zum Publikum Wenn sie nicht so zugehört haben, wie ich mir das erhofft habe Das ging dann von Beschimpfungen des Publikums Bis zu die Gitarre wegschmeißen und voll Zorn die Bühne verlassen Also ich musste mir wirklich meine Bühnenpräsenz erarbeiten Durch viel Erfahrung und viel Einsicht So wie wir gesehen haben, hat das alles geklappt Und heute ist es ja Teil der Show Die Gitarre mal zu zerstören, wegzuschmeißen und schwierig zu sein Aber ich nehme nicht an, dass du heute immer noch ein schwieriger Mensch bist, oder? Nein, ich habe da meinen Weg gefunden Und ich habe auch gemerkt, dass nicht das Publikum für den Künstler da ist Sondern der Künstler für das Publikum Und wenn du als Künstler auf der Bühne ein Publikum nicht zu interessieren vermagst Ist es nicht die Schuld des Publikums Sondern musst du mal einkehren in dich selber und sagen, was mache ich falsch? So ist es Und jetzt, was viele nicht wissen, ist, du hast ja auch zwei wunderbare Bücher geschrieben Zum Thema Leben und Tod, Liebe und Leid Das eine heisst, wir zeigen es am besten hier Das ist ein wunderschönes Buch Und heisst Zwei Minuten Ewigkeit Darauf kommen wir noch zu sprechen Auf diesen Zeitaspekt Zwei Minuten Ewigkeit Ja, da wissen unsere Zuschauer schon Aha, wir gehen ein bisschen weiter als nur bis ins Showbusiness Und das ist das, ist das das Erste oder das Zweite? Nein, das ist das Zweite Das ist das Nachfolgebuchte Super Und das heisst jetzt, du bist unsterblich Oh, gute Nachrichten Wir sind unsterblich Und über diese Dinge wollen wir ein bisschen reden Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Als junger Musiker von Sex, Drugs und Rock'n'Roll Plötzlich zur Spiritualität Wie geht das? Ja, plötzlich ist tatsächlich der richtige Ausdruck Ich hatte mit 20, war ich Motorradfahrer Sehr unvorsichtiger Motorradfahrer Und habe dann wirklich mal einen unglaublichen Unfall gebaut In dessen Folge ich wirklich schwerst verletzt war Ich will jetzt nicht die Umstände erzählen, sondern nur das Ergebnis Ich wurde dann sofort in den Operationssaal von der Unfallstelle gebracht Ich war innerlich verblutet, weil die Leber und die Nieren und alles war zerquetscht So und blutete dann innerlich Und man hat mich einer Notoperation unterzogen Und während dieser Operation stand mein Herz plötzlich still Es hörte auf zu schlagen Und in diesem Moment hörte ich den operierenden Arzt laut rufen Jetzt hat ihm die Pumpe abgestellt, also das Herz Bringt sofort ein Elektroschockapparat Und diese Szene erlebte ich, aber nicht in meinem Körper Sondern ich erfuhr mich als an der Decke schweben Und das Ganze beobachtend Ich nahm das also nicht von meinem Körper her wahr Sondern von einer anderen Marte aus Und dann dachte ich, ich sehe da unten meiner Körper liegen Das Herz hat abgestellt Das heißt, dieser Körper lebt nicht mehr Er ist tot Ich bin aber immer noch da Ich denke, ich empfinde, ich sehe, ich höre Aber nicht in meinem Körper Was passiert hier? Und da stellte sich blitzartig die Einsicht ein Ich bin tot Ich habe das sofort akzeptiert Ich habe gedacht, gut, so ist es Und wollte dann zu dem aufgeregten Arzt hinunterschweben Was ich auch getan habe Und wollte ihn mit meiner Hand packen Und sagte laut zu ihm Sie können aufhören Merken Sie denn nicht, dass ich tot bin? Für mich ist das okay Aber er hörte mich nicht Und ich fuhr mit dem, was ich als meinen Arm in Erinnerung hatte Durch seinen Körper durch Da muss ich, ich bin ja gar kein körperliches Wesen mehr Sondern offenbar in einer anderen Form vorhanden In einer geistigen Form Und danach wurde ich aus der Szene weggezogen Aber das ist eine andere Geschichte Da ging ich dann ein bisschen weiter noch Und bevor wir auf diese Reise gehen Wie fühlt es sich denn an, tot zu sein? Also, es war für mich Wie soll ich sagen? Es war okay Ich war weder traurig, noch schockiert, noch verblüfft Sondern, ah, jetzt bin ich also tot Das war für mich eine Einsicht, die ich sofort akzeptierte Und gar nicht hinterfragte Was vorausgegangen war Nämlich der Moment des Aufpralls Bis zu dem Moment, bis ich in Bewusstlosigkeit fiel Da habe ich allerhand durchgemacht Dann auch mit dem Rückblick auf das Leben Den bekannten Film Den habe ich auch mitbekommen Und ja, das war dann eigentlich das eigentliche Sterben So wie ich es mir jetzt heute vorstelle Dass es gewesen sein muss Viele glauben auch, dass dann in diesem Moment So eine Art jüngstes Gericht passiert Hast du sowas auch erlebt? Ja, also bei mir war das so In dem Augenblick, als ich aufgegeben habe Als ich unter dem Wagen lag und zerschmettert da war Und wusste, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen Lehnte ich mich zuerst wirklich stark auf Ich war zorniger auf mein Schicksal Ich bin noch viel zu jung Ich war damals 20 Ich bin noch zu jung zu sterben Und wieso ich und wieso jetzt und alles das Und irgendwann habe ich nicht gedacht Sondern kam einfach eine Ruhe über mich Ich habe mich ergeben Ich habe gedacht, so sei es Und da spürte ich eine Präsenz neben mir Eine freundliche, helle, liebevolle Präsenz von jemandem Unsichtbaren Und diese Präsenz dachte in mein Hirn hinein Und sagte Ja, du hast es jetzt gemerkt Bei dir ist es jetzt soweit Wie beurteilst du jetzt dein Leben Das du soeben nochmals geistig zurück erlebt hast Das heisst, du warst quasi dein eigener Richter in dem Moment Ja, und dieses Wesen schien zu lächeln Und schien mich in keiner Weise zu beurteilen Und das Telepathisierte ist dann auch Er sagte, pass auf, du wirst nicht beurteilt Das machst du Du sagst, wo du hingehörst Wie beurteilst du dich selber? Und ich habe gedacht Ja, ungenügend Bis jetzt ungenügend, verplempert Das kostbare Gutleben habe ich jetzt wirklich Leichtsinnig verplempert Aber da hieß es nicht Ja, dafür wirst du jetzt bestraft Und das hast du falsch gemacht Sondern das ist die Summe deiner Erfahrungen Die sind dein Gut, das du jetzt mitträgst Und das war es dann eigentlich Da wurde nicht gerichtet, nicht beurteilt Sondern nur geliebt Und das hat mich verblüfft erst mal Ja, und so wie das klingt Hat das eine gewisse Zeit in Anspruch genommen Wie hast du denn die Zeit überhaupt erlebt? Das ging ja alles wahrscheinlich trotzdem sehr schnell Und auf der anderen Seite Ja, das ist ja das Interessante Dieser Rückblick Der ging 20 Jahre Weil ich habe wirklich alles nochmal erlebt Aus zwei Warten Einerseits habe ich es wirklich nochmal erlebt Ich kam zur Welt Ich lernte essen Ich lernte reden Ich lernte Fahrrad fahren Ich ging zur Schule Ich war lieb dem Menschen Ich habe alles am Leben Und gleichzeitig habe ich es beobachtet Also ich war zweiteilig Und die Zeit spielte dabei überhaupt keine Rolle Es war als würde die Zeit stehen bleiben Es gibt auch diesen Film von Walt Disney Dornröschen Die fällt dir an einen hundertjährigen Schlaf Und in dem Film Bleibt auch die Zeit stehen Und jeder ist gerade in seiner Handlung Verfällt in einem Schlaf Und schläft hundert Jahre Während die Welt irgendwo anders Vielleicht weiter geht Und dann kommt der Prinz Und küsst das Mädchen Und dann geht es wieder weiter Wie es vorher war So ein Zeitfenster öffnete sich mir Also zwei Minuten Ewigkeit sozusagen Ja in dieser In diesem Ja also in Die zwei Minuten Ewigkeit Passierten in meiner Operation Ich war ungefähr zwei Minuten weg Hat man mir später gesagt Also Exitus Und das dauerte zwei Minuten Bis man mich wieder reanimieren konnte Und was ich da erlebt habe Das war dann wirklich Das hat mir meine Sicht auf vieles sehr verändert Das glaube ich natürlich Jetzt klingt das so Also oben gab es dich zweimal so quasi Ohne Körper Und der Körper war ja auch noch da Das heisst es müsste schon drei Bo Katzmanns geben Ja gut Hast du mehrere Leben vielleicht? Ja ich habe damals gemerkt Dass der Körper und das Leben Das Prinzip Leben Nicht ein und dasselbe ist Und ich bin seither auch der Meinung Dass das Leben nicht vom Körper produziert wird Auch die Gedanken Was wir Geist nennen Was wir empfinden Wird nicht vom Körper produziert Sondern wird wie ein Nehmen wir zum Beispiel ein Radiosender Oder ein Radioapparat Oder ein TVapparat Der produziert ja auch nicht das Was er von sich gibt Sondern das wird ihm eingegeben Und es wird weitergegeben So empfinde ich das Mir ist als gäbe es eine geistige Welt Die wir mit unseren Gedanken anzapfen können Wir als Künstler sowieso Woher kommen die Ideen? Die musst du ja irgendwo her holen Und die sind irgendwo vorhanden Du kannst sie anzapfen Und in dein Wesen reinholen Und materialisieren Oder zum Erklingen bringen Oder malen oder schreiben Ja denkst du es könnte sein Dass in solchen Momenten Wo wir so inspiriert sind Und wir vielleicht uns selber inspirieren Und in Kontakt kommen mit dem Wesen Was wir wirklich sind Oder sind das fremde Energien? Ja, meine Vorstellung ist die Dass das gesamte Wissen Das Allwissen Vorhanden ist In irgendeinem geistigen Pool Und dieser Pool Enthält alles Was je gedacht werden kann Was je passieren wird Alles Wissen ist da gespeichert Und wir können mit einem Wie mit einem Röhrchen da In diesem Pool anzapfen Unser kleines Ding Rausholen Und verarbeiten Also Diese Erfahrung Habe ich ja dann Später auch gemacht In meinen zwei Minuten Wo ich mich in der Ewigkeit Aufgehalten habe So eigenartig das klingt Habe ich Habe ich wirklich gesehen Gespürt Mitbekommen Dass hier das Allwissen ist In das wir eines Tages eingehen Aber ich glaube ich gleiche vor Ne, ne, das passt sehr gut Ich wollte jetzt gerade fragen Inwiefern hat das dein Leben verändert? Deine Sicht zum Leben vielleicht Und wie hast du danach Dein Leben gelebt? Ja, weisst du Als ich wieder zurückkam War ich ja so zerschmettert Und demoliert Ich erwachte in der Intensivstation Mit Schläuchen überall Ich wurde künstlich beatmet Meine ganze Muskulatur hier War ja zerschmettert Und zerrissen und kaputt Ich konnte ja gar nicht mehr selber atmen Das tat eine Maschine Ich wurde ernährt durch eine Maschine Ich wurde beatmet durch eine Maschine Ich war ein Cyborg Ein Halbmensch, Halbmaschinenwesen Und so Vegetierte ich ein paar Wochen vor mich hin Bis ich wieder selber mich Beatmen konnte Und die ganze Geschichte Hat mich so Konzentriert auf mein eigenes Gesundwerden Dass ich mir noch nicht viele Gedanken machte Über das, was ich gerade erlebt hatte Das kam dann erst später Als Erinnerung wieder zurück Und ich musste das allmählich Wieder verarbeiten Häppchenweise Und ich habe dann später auch Wirklich gedacht Was ist da passiert? Ein 20-Jähriger Wird aus dem Leben gerissen Er sieht, dass er tot ist Er kann aber weiterhin denken Er kann weiterhin wahrnehmen Er kann sogar die Gedanken der Menschen Die in den Raum waren Die Gedanken wahrnehmen Und hören quasi Ich habe gehört, was die denken Und ich habe danach ein paar gefragt Was hast du damals gedacht? Und so weiter und so weiter Die haben das alle bestätigt Ja, das habe ich gedacht Und das habe ich gesagt Das konntest du aber nicht hören Weil du ja weg warst Auch in tiefer Narkose Und dann noch tot Da kannst du gar nichts mitbekommen Tot, narkotisiert, zerrissen, kaputt Und immer noch tot Und immer noch tot Ja, und deshalb habe ich dann wirklich Hat mein gedanklicher Erklärungsweg angefangen Der dann in diesen Büchern endete Was ist da passiert? Wer kann mir eine Erklärung abgeben? Kann es die Medizin? Kann es die Wissenschaft? Kennen es Religionen? Kann es die Psychologie? Kann es die Philosophie? Ich habe alles gelesen Was mir helfen konnte Einen Grund zu finden Was da passiert ist Und mir hilft das zu erklären Und die Quintessenz habe ich jetzt aufgeschrieben Okay, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher Ob ich die kennen sollte Schon die Quintessenz Aber was sich sicher für eine Frage stellt Ist Gott Ja Hattest du vorher einen Bezug zu Gott Oder nicht? Und wie war es danach? Ja, weißt du Der Gott, der mir als Kind Vorgestellt wurde War natürlich ganz etwas anderes Als was ich dann nachher In meinen zwei Minuten in der Ewigkeit Offenbart bekommen habe Sag ich jetzt mal Der Gott meiner Kindheit Ich bin katholisch erzogen worden Streng katholisch Meine Eltern waren sehr fromm Und der war Ein Wie soll ich sagen Ein Erbchenzähler Die Guten ins Töpfchen Die Schlechten ins Kröpfchen Du machst nicht so wie ich es will Also weg mit dir In das ewige Feuer Und ja Du hast so gemacht Wie ich das befohlen habe Du kommst jetzt In den himmlischen Gefilde Und ich habe dann Von dem Teufel gehört Das war der Kettenhund Gottes Der Und so weiter All die Diese furchtbaren Unerklärungen Und dann kam dieser Jesus Noch ins Spiel Das ist eigentlich Der Sohn Jenes Gottes Der die Menschheit erschaffen hat Obwohl er wusste Dass sie dann sündigen Und dann kann er sie beurteilen Aber er schickt seinen Sohn hin Damit er diese Leute Wieder erlöst von dem Also das war für mich so undurchsichtig Dass ich von klein auf schon gedacht habe Irgend einmal will ich das verstehen Und ich habe zu dem Was ich für den lieben Gott gehalten habe Schon als Bub Ich weiß es Gebetet Bitte lass mich das eines Tages verstehen Weil das kann nicht stimmen Was hier mir offeriert wird Und mit meinem kindlichen Gemüt Und ja das habe ich jetzt bekommen Wenn auch mit Schmerzen Und wie ist deine heutige Sicht auf Gott? Ja Oder das was wir Gott nennen haben? Jetzt verlangst du von mir Eine Definition des Undefinierbaren Ich kann dir nicht sagen Was Gott ist Sonst müsste ich Gott sein Ich kann lediglich ein paar Worte von mir geben Die mit irdischen Vergleichen arbeiten Und die sind natürlich nicht Wie sagt man Ausreichend Bestimmt ist Gott Gott ist nicht ein Mann Gott ist nicht ein Richter Der mit einem langen Bart Auf dem Thron sitzt und richtet Sondern ich denke mal Wir alle sind ja Energie Wenn man uns bis ins Kleinste Zu sezieren beginnt Dann kommt man zuerst auf Kristalle Und dann kommt man auf Atome Dann auf Neutronen Und am Schluss Erlöst sich das alles auf Wir sind eigentlich nicht Wir sind Schwingung Wir bestehen aus irgendwelchen Schwingungen Und diese Schwingungen sind Energie Also Gott kann nichts anderes sein Als eine Energie Wie alles Musik ist Energie Gedanken sind Energie Farben sind Energie Was immer du willst Das ist also die Essenz der Aussage Alles ist Gott Ja Alles ist Schwingung Alles ist Energie Ich würde es so ausdrücken Gott ist in allem enthalten Und alles ist in Gott enthalten Also Gott umfasst einfach alles Alles ist Gott Man kann nicht sagen Hier sind wir Und dort ist Gott Das geht nicht Jetzt hast du es aber trotzdem Schön formuliert Ja Also mehr kann ich dazu nicht sagen Und natürlich Die Ur-Energie Die Erfahrung habe ich dann auch gemacht Die Ur-Energie Die schöpferische Energie Ist nicht eine zerstörerische Sondern eine aufbauende Und aufbauen heißt immer lieben Du baust ja Du zerstörst ja was du hast Und du baust auch was du liebst Also ist diese Ur-Energie Kann nur Liebe sein Und das ist die Ur-Form von Liebe Von der alles ausgeht Deshalb ist sie auch schöpferisch Und ja So versuche ich jetzt mal Gott zu erklären Das heisst die Angst vor Gott ist sinnlos Ist unnötig Und man könnte einfach schön genüsslich leben Ohne diese Angst im Nacken Ja gut Wovor du dich fürchten solltest Ist nicht Gott Sondern du selber Weil deine Aufgabe Die wir hier haben Ich greife wieder vor Unsere Existenz auf diesem Planeten Ja eine winzige unbedeutende Kugel ist Im unendlichen Weltall Hat einen Sinn Viele sagen Ja mit dem Tod ist eh alles weg Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht Dass das nicht stimmt Deshalb kann ich das auch aus meiner Warte behaupten Und auch was wir hier tun Was wir hier denken Was wir hier handeln Hat Konsequenzen über das Leben hinaus Denke ich mal Und davor sollten wir Respekt haben Nicht fürchten Aber Respekt haben Und uns dann darauf ausrichten Dass alles das was wir hier tun Und hinterlassen Und bewerkstelligen Und denken Dass das Dass du das mitnimmst Auf die andere Seite Das heisst wir sind voll verantwortlich Für alles was wir tun Ja ich denke Jeder Mensch hat sein Schicksal Und es ist sein persönliches Schicksal Und das was immer einem Menschen widerfährt Ist nicht zufällig Da reingeplatzt Sondern der Mensch ist damit gemeint Dir passiert das Weil dir das passieren soll Und ja Lern was daraus Mach was damit Du hast mal gesagt Sterben ist Physik Nicht Glaube Wie hast du das gemeint? Ja das ist ein ganz natürlicher Vorgang Wenn ein Mensch stirbt Dann verlässt er die Energie Seinen Körper Ich versuche das so zu erklären Du hast ein Bügeleisen Das Bügeleisen steht hier Was ist es? Ein klumpen tote Materie Du steckst es an den Stromkreis an Es beginnt zu leben Es beginnt warm zu werden Es beginnt eine Funktion zu erfüllen Solange der Strom Die Energie Das Leben in ihm pulsiert Und wenn dir das wieder aussteckt Ist es wieder nichts Nur ein klumpen nutzloser Eisen Nutzloses Eisen So ist es auch mit dem Körper Der Körper braucht Strom Er braucht von irgendwo her Energie Und diese Energie läuft nicht über den Stromkreis Sondern leuchtet auf anderen Sendern Aber wir sind wie ein Radiosender Wir sind Körper Die belebt sind Das Leben ist nicht der Körper Sondern wir sind belebt Und wenn wir dann sterben Ist der Körper wieder entlebt Aber das Leben stirbt nicht Das geht weiter Man weiß ja von der Energie Vom Strom zum Beispiel Bei dem Beispiel Wenn der Strom nicht mehr im Bügeleisen ist Ist ja der Strom nicht verschwunden Er ist immer noch da Nur nicht mehr hier im Bügeleisen Sondern er ist anderswo Aber irgendwo ist er Und so ist es auch mit der menschlichen Seele Mit seinem Geist Mit seinem Strom Mit seiner Energie Die verschwindet nicht Die ist einfach anderswo Aus der Physik Physik weiß man ja Dass nichts verschwindet Sondern es wechselt höchstens seine Den Zustand halt Bitte? Den Zustand wechselt es höchstens Ja, den Aggregatszustand Darf ich noch ein Beispiel bringen? Gerne Du hast einen Topf voll Wasser Dieses Wasser bringst du zum Kochen Und langsam, langsam verschwindet Das Wasser aus dem Topf Aber das Wasser ist nicht verschwunden Es ist immer noch da Nur in einer anderen Form In einer unsichtbaren Form Ja, so wie du damals Nicht mehr da unten Sondern da oben Es ist verdampft Genau Und trotzdem existiert es immer Genau, so ist es Und auch ein menschlicher Geist Der verschwindet Nicht nur, weil der Körper stirbt Sondern der ist In einem anderen Aggregatszustand Immer noch vorhanden Es muss sicher ein schönes Gefühl sein Zu wissen, dass man unsterblich ist, oder? Ja Es ist einerseits schön Und andererseits auch ein bisschen Je nachdem beängstigend Man fragt dich dann Ups, habe ich jetzt genug aufgepasst? Weil das geht dann nachher weiter Und ich weiß, dass auf der anderen Seite Sag ich jetzt mal Dass du das, was du hier Als Summe von deinen Taten, Gedanken So, was du dann mitnimmst Das bist dann du Und ja, weil es dort weitergeht In einer geistigen Hierarchie Das ist dann unrückwirkbar Nicht mehr rückgängig machbar Ist das mit ein Grund, weshalb du vielleicht angefangen hast, danach bewusster zu leben? Ja, unbedingt Ja, ich versuche natürlich Ich bin nach wie so ein armseliger Sünder Den Anfechtungen des Fleisches ausgesetzt Ja, aber der Geist ist willig Ja, der Geist ist sehr willig bei dir Doch das Fleisch ist manchmal verdammt schwach Ja, das kenne ich von Freunden Ja, genau So Aber wie stellst du jetzt eigentlich zu gut und böse? Das ist ja jetzt auch relativ geworden dadurch, oder? Ja Sünde und schlechter Mensch Also, Sünde ist ja ein Thema für sich Das habe ich da in meinem zweiten Buch Du bist unsterblich Eingehend seziert Was ist eigentlich Sünde? Wollen wir kurz darüber sprechen? Unbedingt, gerne Wir kommen dann auf gut und böse Sünde, darin versteckt sich ja ein altdeutsches Wort Sondern Also absondern Sich absondern Wenn man sündigt, sondert man sich ab Wovon? Vom Liebesprinzip Eine Sünde ist nichts anderes als ein Rückzieher oder ein sich Entfernen vom Liebesprinzip Wenn du zum Beispiel jemanden bestiehlst Dann ist das eine Tat Dem die liebevolle Motivation fehlt Das heißt, du entfernst dich damit vom Prinzip der Liebe Weil du jemandem Leid zufügst Und so gibt es so einen ganzen Katalog Die zehn Gebote zum Beispiel Die da aufzählen Du sollst nicht stehlen Du sollst nicht lügen Du sollst nicht deinen Ehepartner betrügen Das sind ja alles Dinge, die sich von der Liebe abgesondert haben Ja, das sind lieblose Taten Eigentlich gibt es nur eine einzige Sünde Die Lieblosigkeit Unter anderem sind alles so Erscheinungen Verschiedene auf verschiedenen Ebenen Der Lieblosigkeit Und ja Deshalb ist es eigentlich ganz einfach Sei lieb Ja, es ist einfacher als man glaubt Und vielleicht nicht unabsichtlich wurde es so kompliziert gemacht Ja, genau Also ich denke, man sollte sich halt immer überlegen Wenn man etwas tut Entspreche ich jetzt hier mit dem Liebesprinzip Oder arbeite ich dagegen Eine Sünde ist nicht zu viel Kuchen essen Da schadest du dir selber Aber du tust dir auch irgendwie gut Gott sei Dank Ja, aber das ist dann Naja, ich habe wieder gesündigt über die Festtage Also Humbug Sünde hat immer damit zu tun Dass man sich vom Liebesprinzip entfernt Mit dieser Gedanken Oder mit diesem Ich finde, das ist eine super schöne Definition Und sehr erleichternd wahrscheinlich auch für viele Zuschauer Die immer noch Angst haben Sie könnten sündigen Und gar nicht merken Dass sie auch ganz oft aus Liebe handeln Und dann auch die andere Waagschale geht ja auch in die Höhe Ja Jetzt kann man aber vorstellen Dass du bist ja eigentlich Du kommst aus dem Showbusiness Und du erzählst so offen und mutig über Dinge Die vielleicht Ich weiss nicht, wie es im Showbusiness genau ist Aber wie ist das eigentlich? Verliert man da Freunde? Oder gewinnt man Freunde? Oder wird man noch ernst genommen dann? Ja, also Ich predige ja nicht in der Öffentlichkeit Diese Dinge, die ich jetzt zu dir sage Die halte ich von meinen Freunden fern Da muss sich schon jemand dafür sehr interessieren Bis ich so offen rede Und das behalte ich für mich Ich bin wie gesagt kein Missionar Sondern ich bin einfach einer Der erzählt, was er erlebt hat Auch meine Bücher Ich versuche da nicht die neue Bibel zu schreiben Oder irgendwelche Leute von irgendwas zu überzeugen Ich bin lediglich wie zum Beispiel Marco Polo Im 13. Jahrhundert Der erste Europäer, der nach China gereist ist So, der kam noch ein paar Jahre zurück Und erzählte da von dieser unglaublichen anderen Welt Die er da erlebt hat Und das mache ich auch Ich war in einer unglaublichen anderen Welt Komm zurück und erzähle Jetzt kann der Zuhörer damit anfangen, was er will Das ist nicht mein Ding Das ist einfach dein Reisebericht quasi Dein Abenteuer Und du erzählst neutral darüber, was du erlebt hast Und jeder kann machen, was er will Genau Und wer sich dafür interessiert, dem erzähle ich es Wer sich nicht dafür interessiert, kann trotzdem ein Freund sein Und dem erzähle ich es halt nicht Was würdest du sagen, ist der grösste Benefit, den du durch diese Erfahrung bekommen hast Also ich weiß nicht, ist das eine Erkenntnis oder eine Einsicht halt Die dich wirklich geprägt hat durch dieses Nahtoderlebnis Ja, sag nicht Nahtoderlebnis Es war nicht Nahtoderlebnis Es war Tod Ja, da wehre ich mich dagegen Also ich spreche mit einem Toten sozusagen Indirekt Ja, auf eine Art Nein, es war für mich Weißt du, nur um das schnell zu klären Wenn ich in ein anderes Land reise Zum Beispiel nach Spanien Dann setze ich meinen Fuss über die Grenze Und ich bin in Spanien Obwohl, ein Meter daneben ist noch Was weiss ich, Frankreich, Italien oder was Portugal Aber ich bin in Spanien Natürlich habe ich das ganze Land noch nicht gesehen Aber ich war in Spanien So, ich war jetzt auch auf der anderen Seite Nicht lange und ich habe nicht alles gesehen Aber ich war da Deshalb ist es für mich ein Jenseitserlebnis Und nicht nur ein Nahtoderlebnis Das sagen die Wissenschaftler Die keine Ahnung haben Ja, so ist es Worum es hier überhaupt geht Wie war jetzt deine ursprüngliche Ah, mein Benefit daraus Genau Gut, du siehst nicht Meine unglaubliche Plaudertasche Wenn du diese Sachen Ja, ich kenne das gut Es ist natürlich auch so ein riesiges Thema Wo man von einem ins andere kommt Ja Aber wir reisen einfach mit dir mit Ja Der Luther hat ja mal gesagt Wes das herzvoll ist Des geht der Mund über Und bei diesem Thema geht mir jedes Mal Der Mund über Man verzeihe Gut, mein Benefit daraus war Die Erkenntnis, dass wir tatsächlich unsterblich sind Dass unsere Essenz nicht vergeht Der Körper vergeht Aber der Geist, die Seele Man nenne es wie man wolle Die überlebt das körperliche Dasein Das habe ich mitbekommen Dann habe ich auch mitbekommen als Benefit Dass es nur um etwas geht In diesem Leben Und in der Existenz eines Menschen überhaupt Eines Wesens Zur Liebe zu finden Zurück zu kommen Dahin, wovon wir ausgegangen sind Das ist aber wieder ein anderes Thema Ein riesiges Ja Liebe zu lernen Allerdings, aber der Kreis scheint sich langsam zu schliessen Oder? Wir kommen aus der Liebe und finden irgendwann wieder zurück Ja, es ist sehr zu hoffen, dass wir das finden Das dauert natürlich ein Weilchen Es gibt sehr viele Menschen, die sind strikt dagegen, dass ein Individuum mehr als einmal in einem körperlichen Gewand Erfahrungen machen kann Die sagen, ja, das ist ein Hirngespinzen und so weiter Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht und habe seither die Überzeugung, dass ein einziges Menschenleben als Erfahrungszeit nicht ausreicht, heilig zu werden Also wirklich wieder eins zu werden mit dem Ausgangspunkt der Liebe Die Schwingung wieder so hoch zu gehen, dass man, man sagt dem, näher zu Gott kommen kann Weil die Schwingung der ursprünglichen Liebe, die wir Gott nennen, ist so rein, so hell, so liebevoll Dass wir da so weit weg sind davon Wenn man denkt, mit einem Leben, schwupps, bist du da ein bisschen Fegefeuer, vielleicht so was Und dann bist du wieder im Himmel Nein, das braucht Äonen von Zeitdauern, von Existenzen, von Erfahrungsbereichen Ich weiß auch, dass diese Welt nicht der einzige Ort ist, in dem ein Wesen seine Erfahrungen machen kann Das ist so unendlich groß, die Schöpfung mit so verschiedenen Arten, Paradiesen, Höllen und so weiter Wie man das immer nennen will Dass man da sehr, sehr lange braucht, um so geläutert zu werden und aufzusteigen, um ins Licht wieder einzugehen Und hat dich diese Erkenntnis auch ein bisschen ruhiger gemacht Also das Stressen bringt ja gar nichts, weil es so lange dauert und so ewig ist Könnte man eigentlich ganz gemütlich vorwärts gehen Ja, nur wird man mit der Zeit ein bisschen ungeduldig Man möchte natürlich nicht noch einmal hinten dahin und noch einmal das Ganze durchmachen und so Und deshalb sollte man in jedem Leben sehen, dass man so schnell wie möglich vorwärtskommt in Sachen Liebe Ja, du ersparst dir viel Unannehmlichkeiten damit Viele sagen, ja, du kannst hier wieder zurück Klar, aber es ist ja nicht immer schön, hier ein Leben zu fristen und diese Erfahrung zu machen Das ist mit Mühsal verbunden Und deshalb denke ich, hat auch das Vorbild von dem Mann aus Nazareth Ja, das ist ja auch so wieder ein Thema für sich Was hat er eigentlich gemacht? Wovon hat er uns erlöst? Er hat uns geholfen, eine Abkürzung zu finden Aber ich weiss nicht, ob wir über das jetzt auch noch vorhören Ja, auf jeden Fall Ich meine, sicher interessiert das viele Menschen Aber du hast es schon angetönt Jesus verkörperte damals eigentlich das Liebesprinzip Und wenn wir das begreifen, ist das sicher eine Abkürzung, oder? Unbedingt Ich kann vielleicht so sagen, dass dieser Jesus Christus, der hat eigentlich die Liebe erfunden, einigermassen Weil damals, ich habe viele Zeitdokumente und auch historische Sachen gelesen Von der religiösen, so wie von der gesellschaftlichen Seite her Liebe war kein Thema Da wurde bestraft, da wurde geherrscht Da wurde auch der alttestamentarische Gott Gott ist ja so ein brutaler Unwesen Dass den alten Abraham dazu angestiftet haben soll Seinen eigenen Sohn zu ermorden als Beweis, dass er Gott lief So ein Unsinn Das war nicht Gott, der den Abraham zu diesem Unsinn anstiften wollte Das war eine andere Macht, die sich als der Herr ausgegeben hat Aber ja, wir gehen jetzt in die Welt hinein Wo man wirklich behutsam sich äußern muss Sonst denken die Leute Aber ich glaube, wir haben alle verstanden, was du meinst Und wir sind wahrscheinlich auch einverstanden Irgendwas kann da einfach nicht stimmen Besser man vertraut, worauf? Ja, Vertrauen Ja, Glaube heißt ja im Englischen Faith Das heißt ja Vertrauen Also man kann wirklich, und das bestätige ich jetzt ohne jemanden dazu überreden zu wollen Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen und darauf vertraue ich auch Dass dieses Leben nicht das einzige ist, was ein Wesen in seiner Existenz erfährt Man kann darauf vertrauen, dass wir weiterleben in einer anderen Form Das bringt es einerseits, okay, schön, ich störe nicht Aber man hat dann auch seine Aufgaben, muss seine Hausaufgaben machen Und man muss diese wahrnehmen Unser körperliches Dasein hat ja irgendwann trotzdem ein Ende Das wissen wir ja jetzt Gibt es etwas in deinem Leben, wo du sagst Das möchte ich aber mal noch machen, bevor ich gehe Das brauche ich noch, um ganz zu sein Ja, da habe ich keine Pläne Ich lasse das Leben einfach auf mich zukommen Und ich vertraue auch darauf, dass mir das Leben immer im richtigen Moment Die richtige Erfahrung reinschaufelt Und das war bis jetzt immer so Ich bin jetzt auch gerade in einer Lebenserfahrung, die ich noch nie gemacht habe Ich muss mich mit Sachen auseinandersetzen, die mir bisher fremd waren Und da muss ich mich zuerst hineinleben in diese neue Aufgabe Ich werde jetzt nicht davon reden, es ist sehr privat Aber das hört schon nicht auf Und deshalb muss ich mir da nichts extra wünschen, das kommt automatisch Also man muss sich keine zusätzlichen Herausforderungen schaffen, es sind genügend da Ja, ja, die kommen immer in dein Leben Man muss sie nur willkommen heißen Und als Aufgabe betrachten Es gibt viele Leute, die jammern, wieso passiert das mir Ja, das sollte doch nicht passieren Und sie verkennen, dass das dein Schicksal ist, dass das dir passiert Das ist immer sehr persönlich gemeint Also ich habe die Einstellung gewonnen, dass was immer in mein Leben tritt, ich heiße es willkommen Wenn auch manchmal nicht immer sehr freudig Aber ich weiß, es gehört zu meinem Schicksal, du musst dich damit auseinandersetzen Also mach es einfach Genau, letztlich sind ja wir wahrscheinlich Ursprung und das Ganze hat auch einen Sinn, dass es uns begegnet Und jetzt eine andere Frage Ich weiß, dass man in Interviews nie alle Fragen stellen kann, die interessant wären und auch nicht alle kennt Welche Frage hättest du denn gerne mal gestellt bekommen in einem Interview, jetzt wie diesem, in einem Gespräch? Und niemand stellt sie Ach, diese Frage kenne ich nicht Wir sind schon so viele Fragen gestellt worden in 40 Jahren Interviews Da, nein, also Da muss ich passen Also diese Frage Vielleicht lasse ich mich mal überraschen von einem Interviewer Aber auch du hast jetzt Fragen gestellt, die mir eigentlich noch nie gestellt wurden Also es kommen immer wieder vereinzelt Fragen zum Vorschein, die ich dir an mir überlegen muss Ja, was sage ich jetzt dazu? Und ähm Also ich bin immer gespannt auf Deshalb liebe ich solche Gespräche Da kommt immer wieder was Neues Ich muss mir wieder was Neues überlegen, wie formuliere ich das? Wenn zwei oder drei zusammen sind, passiert sowas wie Inspiration vielleicht? Ja Und wird angeregt von einem anderen Ja, genau, weil wir kommunizieren ja nicht nur verbal und überschall Sondern wir kommunizieren ja auch mit dem Geist, mit dem Herzen Und das sind jetzt Schwingungen, die hin und her gehen Und wenn man sich darauf einlässt, dann wird man auch inspiriert Übrigens, das Gebet ist ja auch so eine Art von Kommunikation Viele denken, Gebet, ja, da sage ich mein Verslein runter Und dann ist gebetet Nein, ein Gebet ist immer eine Art Meditation Und man sich versucht, auf die helle Schwingung der Liebe irgendwie einzustellen Das kann auch nicht verbal sein Man muss gar nichts dabei denken, keine Worte Sondern einfach sich versuchen, mit der Schwingung der Liebe in Einklang zu bringen Und schon hat man gebetet Und sich da wie eine Dusche wieder mal zu säubern Und dann kann man wieder ins Leben gehen Das stinkt nicht mehr so nach Sünde Man kann die riechen Ich glaube, Hunde riechen das manchmal Ja, ich glaube schon Oder die nehmen das wahr Ja, ich glaube auch, dass zum Beispiel die beste Form der Kommunikation Du hast es jetzt ein paar Mal so durchscheinen lassen Ist eigentlich das Gefühl und nicht die Worte Ja, ja Das ist ja der Zustand der Verliebtheit Wenn sich zwei Verliebte gegenüber sitzen Die gucken sich einfach an und das Herz schlägt bis zum Hals Da muss man nichts sagen, das vibriert Da will man auch gar nichts sagen Weil man spürt, es würde etwas kaputt gehen dabei Ja, das ist eine unglaubliche Energiebrücke, die da passiert zwischen den beiden Ja, das stimmt Das haben wir alle schon mal erlebt, hoffe ich Ja, ja, mit Sicherheit Immer mal wieder, oder? Oder sogar dauerhaft, über längere Zeit, was sehr schön ist Bo, was ist deine Lebensvision? Du fragst dich jetzt wieder Sachen Das steht hier drauf, da kann ich auch nichts machen Siehst du, das ist eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde Was ist deine Lebensvision? Was ist jetzt das für eine Frage? Du musst keine haben, das ist ja nur eine Frage, oder? Ob du eine hast Du, ich glaube, in diesem kleinen Gespräch wurde schon genügend ausgedrückt Wohin ich tendiere Als eine Lebensvision habe ich in dem Sinn nicht Ich trage einfach meine Erfahrungen, meine Gedanken mit mir Und bin überzeugt, dass wir, was immer passiert, dass wir das willkommen heißen sollen Dass wir damit arbeiten sollen und dass wir am Schluss nicht verurteilt, nicht beurteilt, sondern nur geliebt werden Und das zu wissen, das ist doch schön Das ist sehr schön und ich glaube, das ist auch ein guter Übergang zu den Wo ich dir schon gesagt habe, am Schluss kommen dann diese Satzanfänge Okay, mitgefallen Bist du schon ready zum Spielen? Ja, komm Deswegen schiesse ich los mit Ich Bin Ich bin ein geistiges Wesen, das im Moment ein paar Jährchen in einem materiellen Gewand verbringt Um Erfahrungen zu machen, die mich hoffentlich weiterbringen auf meinem Weg zur Liebe hin Ich würde niemals Ja, ich würde niemals Never say never Ich würde niemals zum Beispiel einen Menschen umbringen Ich würde niemals einen Gewehrschuss abgeben Habe ich noch nie in meinem Leben getan Wird es auch nicht tun Ja, all solche Sachen, die wirklich lieblos sind, die versuche ich zu vermeiden Natürlich schwindle ich auch manchmal Und natürlich, ich weiß nicht, mache ich manchmal Dinge, die im Nachhinein gesagt Boah, das war jetzt aber nicht vom Liebesprinzip gesteuert Aber meine Vorsätze sind immer, diese Sachen auszulassen, die nicht dem Liebesprinzip entsprechen Musik ist? Musik ist eine Energie, die in verschiedenen Formen vorkommt Das ist interessant, diese Frage Darf ich ein bisschen ausschweifen? Der Stage ist yours Ja, ich habe gemerkt, dass in jedem Musikstil, wir nennen das Musikstil, eine andere Energie zu Hause ist Zum Beispiel im Hardrock ist eine Energie von Auflehnung, von Zorn, vielleicht sogar von Wut Von Krach machen, Randalieren, aber auch von Lebensfreude drin In der klassischen Musik eine Energie von Feingeistigkeit, von Kontrolliertheit, von exakter Form Im Jazz ist es eine Energie von Wildheit, von Improvisation Im deutschen Schlager zum Beispiel eine Energie von Biederkeit, von Angepasstheit und so weiter Und Musik ist eigentlich eine Und vor allem klingt sie nur dann, wenn sie gespielt wird Musik ist jetzt nicht da, wir hören keine, aber sie ist irgendwo vorhanden Aber es braucht jemanden, der sie zum Leben erweckt Und sie ist für mich eine Allegorie Gottes, die Musik Weil Gott ist immer da, auch wenn wir ihn nicht sehen Aber er zeigt sich nur durch Allegorien Er zeigt sich durch dich, er zeigt sich durch mich Er zeigt sich durch einen Sonnenaufgang Durch Frühling, Herbst und Winter Was immer wir sehen und erfahren können, ist eine Melodie Gottes Sehr poetisch und schön Das war schon Musik, für meine Ohren zumindest Der Tod ist? Den gibt es gar nicht Der Tod ist inexistent Der Tod ist eine Illusion Der von Leuten propagiert wird Die nicht wissen, dass es ihn nicht gibt Auch da eine kleine Allegorie Du kannst einem blinden Menschen Nicht erklären, wie die Farbe Rot aussieht Der wird dir sagen Vereinfacht natürlich Es gibt keine Farben Weil er sie noch nie gesehen hat Und es gibt Leute, die sagen Ja, es gibt kein Jenseits Weil sie noch nie da waren Und sie nicht gesehen haben Und in dem Sinne sind alle die Menschen Es sind einige Millionen Die diese Erfahrung gemacht haben Die wir auch gemacht haben Absolut, ja Die kommen zu uns und sagen Hey, wir waren da Es gibt es Wir wissen es Wir haben es erlebt Spanien existiert Spanien existiert Ja Und ja Der Tod ist nur ein Übergang Ist eine Geburt Der Tod ist eine Geburt In einen anderen Aggregatszustand So Das Leben ist? Das Leben ist ein Prinzip Das nicht vom Körper abhängig ist Nicht der Körper produziert Leben Sondern das Leben produziert den Körper Das Leben ist unvergänglich Das Leben findet auch außerhalb der Materie statt Ja Das Leben ist ein Prinzip, das ewig ist Ein Teil der Ewigkeit Leben ist Ja Ich komme zu schwierig Aber Da habe ich es einigermaßen beantwortet Absolut Vertrauen heisst? Ja Vertrauen Das ist jetzt auch wieder so eine Frage Vertrauen Ist ja immer etwas Zwischenmenschliches Du vertraust Du vertraust Du vertraust Auf etwas außerhalb von dir Du vertraust Einem anderen Menschen Du vertraust zum Beispiel Dass das Seil hält Das dich da an der Steilwand Am Leben hängt Das heisst Eigene Macht abgeben Und jemandem anderen schenken Und hoffen Dass der dich nicht enttäuscht Ja Ich habe mir gerade gedacht Beim Seil ist das wahrscheinlich eher ein Hoffen Dass es nicht nachlässt Oder Es ist nie ein Wissen Es ist immer ein Hoffen Du sagst es sehr gut Freiheit ist? Freiheit Ist Die Möglichkeit Wählen zu können Wie man sich entscheiden möchte Und ich denke auch Unser Leben Ist ein Leben in Freiheit Wir können uns jederzeit entscheiden Jede Sekunde Entscheide ich Über den Fortgang meines Lebens Ich bin jederzeit Frei zu entscheiden Auf welche Seite Ich mich schlagen möchte Auf die helle, liebevolle Seite Oder auf die dunkle, lebensentfernte Seite Und diese Freiheit haben wir immer Ja Wir denken manchmal Ja, das ganze Leben ist doch vorbestimmt Oder determiniert Allein durch deine Familie Durch das Land Und so Aber du hast immer alle Freiheiten Dich zu entscheiden Und das nützen wir zu wenig aus Angst ist? Es gibt Die Angst ist immer Eine Angst vor Verlust Angst ist immer Verlustangst Ich verliebe Und was man Verlieren kann Das Wesentlichste Was man verlieren kann Ist das Leben Wenn einem Ein Auto geklaut wird Wenn das Haus abbrennt Was immer Man hat Angst davor Oder dass man Einen geliebten Menschen Verliert Was auch eine Illusion ist Man hat immer Angst vor Verlust Und Der Definitive Verlust Ist ja Der Verlust des Lebens Aber den gibt es ja nicht Deshalb braucht man Keine Angst zu haben Ist ein Problem eigentlich Ja Das Haus kann man wieder aufbauen Das Auto kann man wieder kaufen All das Material, das Zeug Das ist nicht wirklich Wesentlich Aber das Wesentliche ist Wird einem das Leben genommen Wenn man stirbt Die Antwort ist Nein Also braucht man sich nicht zu fürchten Also kein Grund für irgendwelche Ängste Eigentlich So ist es Super Erfolg ist Erfolg ist eine Folge Von Vorbereitung Es heisst ja Es erfolgt Das heisst so wie du Etwas vorbereitet hast Und es dann gut machst Und auch andere Menschen Bemerkung Dass du es gut machst Und mit Aufmerksamkeit Beschenken Das ist dann der Erfolg Deiner Arbeit Kinder sind Ja Kinder 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 Sind wie Sterne Am Himmelszell Sie leuchten Sie sind noch Irgendwie unschuldig Und wissen noch nicht So viel Sie sind Neulinge In dieser Welt In der sie sich Zuerst zurechtfinden müssen Und sie sind noch Beeinflussbar Man kann Kinder noch Sehr beeinflussen Am besten Durch Vorbild Erziehung heisst ja Vorbild sein Und nicht sagen Du sollst Du sollst nicht Sondern ich zeige dir Wie es geht Und deshalb Kinder sind Sehr sehr wertvoll Und so wie man die Kinder erzieht So kommt nachher Die Welt heraus Also soll man Mit diesem kostbaren Gut Sag ich mal Sehr bewusst Und sehr liebevoll Umgehen Spiritualität ist Ja Spiritualität Ist das Gegenteil Voll Materialismus Es gibt da Die beiden Seiten Das Materielle Ist das Ich glaube nur Was ich sehe Und dann gibt es Die andere Ich glaube nur Was ich nicht sehe Weil das ist Die Wirklichkeit Sagte schon Freud Ne Jung Ziger Jung war es Er sagte Die Wirklichkeit Ist nur das Was man nicht sieht Nämlich das wirkt Und was wir hier Mit unserem Körper machen Sind nur die Auswirkungen Einer Wirklichkeit Die unsichtbar ist Schöne Formulierung Die Menschen sind Ja Dasselbe wie ich Bei meiner persönlichen Definition schon Von mir gegeben habe Wir sind alles Unsterbliche Geistige Wesen Die hier Auf diesem Planeten Eine kurze Zeit Ihre Existenz Verbringen In einem Körper Um auch das Prinzip Materie Das Prinzip Gut und Böse Das Prinzip Hell und Dunkel Mal kennenzulernen Und das nehmen wir Dann wieder mit Und sind ein bisschen Klüger als zuvor Hoffentlich Ja Meine Familie ist Meine Familie ist Schon das Wertvollste Das ich auf dieser Welt Eigentlich habe Wir sind Eine kleine Familie Wir sind nur drei Personen Im engsten Kreis Ich habe noch Geschwister Im größeren Kreis Ich habe noch Cousins Und so weiter Onkel, Tanten Wir sind Ja Ich denke auch Dass wir nicht zufällig Zusammengestellt wurden Sondern dass wir Eines Geistes sind Irgendwo Und eine ähnliche Aufgabe haben Materiell gesagt Wir sind vom Erbfaktor Her verwandt Haben vielleicht die gleiche Nase Oder die gleichen Talente Oder was auch immer So Das ist vererbt Aber das ist für mich alles Nur geistige Mitgaben Für Leute Die ungefähr in einem Kreis Ähnliche Aufgaben haben Und deshalb so eng beieinander sind Aber ich liebe meine Familie Über alles Und wenn Ich würde eigentlich alles opfern Um diese Familie Weiterhin lieben zu dürfen Zufälle sind Zufälle Eine Illusion Was Was wir als Zufall Äh Benennen Ist etwas Das einem zu Fällt Und zwar Fällt dir etwas zu Weil du Gerade In diesem Moment Empfänglich bist Dafür Ähm Ein Zufall Kommt nichts Aus dem Nichts Und ist ungeplant Alles ist Sagen wir Wir sind hier Vielleicht bei Einem weiteren Thema Dass ich so liebe Vorsehung Das gibt doch ein Wort Die Vorsehung Ich weiß nicht Ähm Was sich Leute Darunter vorstellen Aber Das habe ich auch Aus meinen zwei Minuten Ewigkeit mitgebracht Dass alles Was je existieren wird In all seinen Möglichkeiten Bereits In diesem riesigen Allwissenspool Vorhanden ist Du kannst keinen Schachzug machen Du kannst nichts machen Das nicht schon irgendwo Vorhanden ist In dem Pool Von Möglichkeiten Und Ja Diese Möglichkeiten Jetzt In die Tat Umzusetzen Ist Unsere Aufgabe Hier Jetzt habe ich Deine Frage Verpasst Du bist mittendrin Du bist jetzt In diesem Raum Der Möglichkeiten Drin Und hast eigentlich Schon alles gesagt Also ich würde es verstehen Ich hoffe Die Zuschauer auch Wie war deine Frage Noch mal Keine Ahnung Lies doch noch mal Lies doch noch mal Zufall Zufälle sind Zufälle Ja Ja Genau Nein Zufälle Ich denke Das hängt auch Mit dem Affinitätsprinzip Zusammen Also du glaubst Nicht an wirkliche Zufälle Wie es die normalen Menschen denken Sondern Dass etwas völlig ungeplant In dein Leben platzt Und auch nicht dahin gehört Nein Ich versuche es mal so zu erklären Nimm ein Billiardspiel Du hast dieses Dreieck von Kugeln Mit dem Kurs Stellst du eine Kugel an Und jetzt gehen die zufällig In alle möglichen Zeiten Zufällig geht eine Kugel da rein Nein Das ist Physik Genau Dein Winkel Dein Aufprallstoß Das hast ganz genau Löst diese Reaktionen aus Und da ist überhaupt nichts Zufalls Das kann man alles erklären Also nur Wer es nicht versteht Kann sowas wie Zufall erleben Ganz genau Wer es nicht kann Das Spiel Sagen wir so Zufall ist Das Unvermögen von uns Menschen Die Zusammenhänge zu übersehen Dann sagen wir Boah Zufall Dabei ist ein genauer Zusammenhang Genauer Plan Eine genaue Vorbereitung Bis zu diesem Punkt Alles passt zusammen Das heisst Wenn wir bewusster wären Wäre das auch deutlicher Ja Natürlich kann man nicht alles erklären Aus der momentanen Warte Aber nachher Wenn wir das alles übersehen Aus dem Wenn wir dann in diesem Aus der Ewigkeit In der Ewigkeit sind Dann wird dann blitzartig alles klar Ach so war das Ah ja logisch Super Dann fällt dir jetzt nämlich auch Der letzte Satzanfang Ganz leicht Der heisst Liebe ist Ja Ganz leicht Nein für uns Es gibt einen schönen Satz Der mir am besten gefällt Von allen Definitionen Liebe ist Was Liebe tut Nicht was Liebe schwafelt Was Liebe verkündet Was Liebe behauptet Sondern nur Die Liebe ist ein Prinzip Das sich nur In seiner Umsetzung äußert Ich kann dir noch so sagen Ich liebe dich Wenn ich dich dann aber bestehle Oder dich wieder verlasse Oder was auch immer Dann ist das ein Wort Liebe zeigt sich nur In seinen Äußerungen Liebe braucht immer Ein Gegenüber Liebe kann ich nur beweisen Kann ich nur tun Deshalb bin ich auch überzeugt Dass das Urprinzip der Liebe Die Schöpfung inszeniert hat Weil sie ein Gegenüber braucht Sie muss sich irgendwie äußern Wir sind alle Geschöpfe der Liebe Und wir sind auch Träger Des Liebesprinzips Und Liebe möchte sich immer offenbaren In einem dunklen Zimmer sitzen Und dann so da sagen Ich bin liebevoll Ich kann es zwar niemandem zeigen Aber ich liebe Das nützt ja niemandem was Liebe möchte sich ausbreiten Möchte sich präsentieren Und deshalb braucht die Liebe die Schöpfung Deshalb braucht Gott uns Um sich zu offenbaren Schön Das heisst so viel wie Ich bin auch Liebe Das tut mir gut Und das war schon ein schönes Schlusswort Aber trotzdem Wir verfolgen unser Konzept Bis zum bitteren Ende So bitter wird es nicht sein Nein, nein, überhaupt nicht Aber stell dir mal vor Du hättest jetzt die Möglichkeit Eine Botschaft An die gesamte Menschheit Richten zu können Jeder Mensch würde dir zuhören Und du hättest aber nur Eine Möglichkeit Eine Botschaft Was würdest du ihnen sagen? Da muss ich dich enttäuschen Ich habe keine Botschaft Da wäre ich ein Prediger Da wäre ich ein Missionar Da würde ich jemanden von etwas überzeugen wollen Nein, ich will das nicht Ich habe keine Botschaft Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen Und ich sage Ich habe die Erfahrung gemacht Dass wir dieses Leben ausnützen Dieses Geschenk Erdenleben ausnützen sollten Um uns in Richtung Liebe weiterzuentwickeln Und weiterzubilden Also liebet einander So einfach ist das so Trotzdem schöne Botschaft Ja Ja, lieber Bo Herzlichen Dank für das spannende Gespräch Danke Vielleicht kommst du mal wieder Und wir gehen in die Tiefen der Details Die du jetzt nicht ansprechen wolltest Du weisst, wo du uns findest Wir sind immer dankbar Unsere Zuschauer natürlich auch Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spass gemacht Und euch ein bisschen tiefer geführt Wie mich auch Wenn ja, dann wären wir froh Ihr würdet das nächste Mal wieder einschalten Wenn es heisst Herzlich Willkommen bei FreeSpiritTV Dem Sender jenseits des Mainstreams Untertitelung des Kaloers Der Überstattung des Kaisers Beintre